Was kann man gegen Angst vor Heuchelei und Schwächer im Glauben tun? Angst vor Heuchelei ist eine gute Eigenschaft. Und jeder, der Angst vor Heuchelei hat, ist kein Heuchler. Jeder, der Angst hat, ein Heuchler zu sein, ist kein Heuchler. Heuchler ist derjenige, der keine Angst davor hat. Und was kann man gegen schwachen Iman machen? Wissen aneignen, gute Taten vollziehen, praktizieren, zum Islam rufen, Dauer machen, das stärkt ein Iman.